Ja, hallihallo werte Freunde, hier ist euer Aiggy und ich melde mich zurück aus der Versenkung. Folgendes hat sich getan, folgendes wird sich tun, ein kleines Infovideo, ein kleines Update, nur damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Es wurde ein neuer Kanal gestartet, die FFS Crew, der ich auch immer noch angehöre. Ich mag die FFS Crew, da sind Mitglieder wie zum Beispiel unser Bobo, unser Humi, den ihr auch von meinem Kanal schon kennt. Ehrenmitglied zum Beispiel, Dave Crow und noch weitere. Diesen Kanal werde ich nicht mehr hauptsächlich betreiben, also ich habe da jetzt mein Startding dazu getan. Werde weiterhin für die Gruppenprojekte zur Verfügung stehen, werde dort vermutlich auch weiterhin noch die Podcasts betreiben. Aber mein Hauptfokus soll wieder auf meinem Kanal, nämlich Aiggy dem Zockerbären, liegen. Und dafür gleich noch eine Ankündigung, das Ganze wird verbunden sein mit einem Channel Reboot. Ich werde die Playlists der nicht vollendeten Projekte, also quasi alles bis auf, ich glaube Deadpool, werde ich allesamt rauslöschen von der Startseite. Ihr könnt die ganzen Dinge immer noch unter Playlists finden. Die Videos bleiben auch alle oben, aber prinzipiell kommen sie jetzt mal runter. Werde damit anfangen, dass ich die Spiele jetzt vollende, aber eben gerebootet. Also das erste Projekt, was mir jetzt mal im Kopf herum geht, ist zurückgehend auf die Anfänge meiner Let's Play Karriere Risen 1. Ich werde Risen 1 wieder anfangen und zwar von vorne. Wir werden den anderen Weg gehen. Wir haben das letzte Mal, glaube ich, die Banditen gewählt. Dieses Mal gehen wir in Richtung der Inquisition, damit wir da eben nicht dasselbe nochmal haben. Aber hey, so ist es halt mal mit Reboots. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt mir treu hier auf Aiggy der Zockerbär oder auch auf der FFS Crew. Die Links dafür sind unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Peace und Freundschaft. Euer Aiggy. Fiat euch und papa.